Das Stillen sorgt in den ersten vier bis sechs Monaten nicht nur dafür, dass sein Baby optimal mit Nährstoffen versorgt ist, sondern gilt auch als bestes Mittel, um die Entstehung von Allergien vorzubeugen. Muttermilch ist allergenarm und enthält bestimmte Stoffe, welche die Darmschleimhaut vor Allergien schützen. Somit wird durch das Stillen der Aufbau des kindlichen Immunsystems unterstützt. Ernährungswissenschaftler, Mediziner sowie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sind überzeugt, dass das strikte Meiden bestimmter Nahrungsmittel im ersten Lebensjahr nicht hilft, Allergien vorzubeugen. Im Gegenteil! Nur wenn dein Baby bis zum vollendeten sechsten Lebensmonat mit Lebensmitteln in Berührung kommt, kann der kleine Körper lernen, eine Toleranz zu entwickeln. Die meisten Eltern kaufen zur Geburt neue Babyzimmermöbel. Doch ob Bett, Wickelkommode oder Laufstall, hier besteht die Gefahr, dass Schadstoffe enthalten sind. Dies gilt besonders für Holzmöbel und die verwendeten Lacke. Gütesiegel wie Der blaue Engel geben Sicherheit. Aber auch Lüften ist sehr wichtig. Hierfür einfach mindestens dreimal täglich die Fenster für 10 Minuten öffnen. Husten, Erkältung und Dauerrotznase? Es scheint, als würde ein Infekt den nächsten jagen, sobald der Nestschutz deines Sprösslings erst einmal nachlässt. Aber keine Sorge! Auf diese Art lernt der kleine Körper verschiedene Viren, Bakterien und Keime kennen und entwickelt Wege, sich gegen sie zur Wehr zu setzen. Also, auf in die nächste Krabbelgruppe! Ja, Babyhaut benötigt intensive Pflege. Pflegeprodukte mit Zusatzstoffen solltest du dabei aber unbedingt meiden. Setze auf hochwertige Präparate aus pflanzlichen Inhaltsstoffen und trage diese sparsam auf. So kannst du das Risiko für allergische Hautreaktion beim Baby minimieren.